Was ist ECS und was sind seine Auswirkungen? ECS ist das Equine Cushing Syndrom, das mit einer hormonellen Störung in der Hypophyse mit zunehmendem Alter des Pferdes einhergeht. Sehr viele Pferde mit ECS haben eine Neigung zu Hufre oder sind bereits daran erkrankt. Wie unterstützt das EDCOM ECS VITAL genau mein Pferd? Die enthaltenen Wirkstoffe des ECS VITAL unterstützen Pferde, die zu Entgleisungen des Hormonsystems neigen. Besonders hochdosiert ist Vitamin E, Lysin und die Spurenelemente. Um die Stoffwechselaktivitäten im Leber- und Kohlenhydratstoffwechsels zu unterstützen und einer Hufrehe vorzubeugen, sind zusätzlich Lecithin und die B-Vitamine eingesetzt. Wie lang sollte ich das ECS VITAL füttern? Dauerhaft oder mit Pause? Das ECS VITAL ist in seiner Zusammensetzung zur dauerhaften Fütterung und Bedarfsdeckung des Pferdes geeignet. So kann der Stoffwechsel entlastet werden, wenn nicht ständig die Futtermittel untereinander gewechselt werden. Wie sollte das ECS VITAL dosiert werden? Die tägliche Dosierungsempfehlung liegt bei 20 Gramm pro 100 Kilo Körpergewicht des Pferdes. Was kann ich noch tun, um mein Pferd mit ECS zu unterstützen? Die Ration sollte niedrige Zucker- und Stärkewerte beinhalten. Zusätzlich kann nach Absprache mit dem Tierarzt hormonregulierende Kräuter oder Medikamente verabreicht werden. Filter 06苗 Ergebnis 2 1 1 1 2 1 2